Nach fast 18 Jahren im Landtag gibt es immer noch Dinge, die man zum ersten Mal macht. So stehe ich heute zum ersten Mal hier, um für die Opposition die Worte zur Verabschiedung in die Sommerpause zu sprechen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Markus Rindersbacher und den Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion, die mir die Gelegenheit geben, an dieser Stelle vor dem Plenum zu reden. Der Grund dafür ist eine besondere Situation, denn es ist wahrscheinlich meine letzte Rede hier in diesem Bayerischen Landtag. Ich höre das Bedauern. Dankeschön. Wenn die Wählerinnen und Wähler es wollen, werde ich ab dem Herbst diesen Jahres dem Deutschen Bundestag angehören. Ich freue mich sehr über diese Geste, lieber Markus, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD. Sie zeigt, dass es in der Politik bei aller Konkurrenz auch Großzügigkeit gibt. Und sie zeigt, dass Demokratie nicht allein davon lebt, die eigenen Ansprüche und Rechte durchzusetzen, sondern auch von Souveränität und einem guten Miteinander. Oder wie wir hier in Bayern sagen, leben und leben lassen. Es würde dem Landtag, glaube ich, gut tun, wenn wir alle miteinander gemeinsam und öfter nach diesem Grundsatz handeln würden. Zum Abschied gehört als erstes der Dank. Der Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landtagsamtes in all seinen vielen Abteilungen für ihre stete Hilfsbereitschaft, für ihre Zuverlässigkeit und für ihre große Einsatzbereitschaft. Danke an die Polizistinnen und Polizisten und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pforte dafür, dass sie immer für unsere Sicherheit da sind. Danke an den Sanitätsdienst, der im Notfall immer schnell zur Stelle ist. Danke an die Reinigungskräfte, die, glaube ich, am besten mitbekommen, dass die Rede vom papierlosen Landtag noch ziemlich weit entfernt ist. Danke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien und in den Fraktionen und danke an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die uns hier auf die Finger schauen, die berichten, die kommentieren, die kritisieren und die kontrollieren. Ohne freie Medien gibt es keine Demokratie. Das sehen wir im Moment gerade in Ländern wie der Türkei, in Russland oder in China, aber auch in Europa wie in Polen oder in Ungarn. Und deswegen sollten wir die Pressefreiheit bei uns gegen jegliche Einschränkungen verteidigen, auch beim G20-Gipfel. Und wir sollten sie bei internationalen Gesprächen, etwa mit Putin oder Orban, immer wieder deutlich einfordern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Demokratie braucht nicht nur Freiheit, Demokratie braucht auch Zeit. Informationen, Gespräche, Bürgerbeteiligung, Austausch von Argumenten und Meinungen, das Finden von Kompromissen, Widerspruch, Rechtsmittel, Gerichtsentscheidungen. All das braucht Zeit und das ist auch gut so. Aber wir sollten die Zeit auch nutzen. Immerhin ist sie kostbar und wir alle haben zu wenig davon. Manchmal habe ich mich in den zurückliegenden Jahren gefragt, ob wir uns die eine oder andere Zeitschleife nicht besser hätten sparen können. Ich denke da insbesondere an das G8 bzw. G9. 14 Jahre nach der Einführung des G8 schaffen wir es in diesen Tagen wieder ab und geben den Schülerinnen und Schülern mehr Zeit zum Lernen. 14 Jahre Reform, Nachbesserungen der Reform, Nachbesserungen der Nachbesserungen, Reform der Nachbesserung und Reform der Reform. Ich bin mir sicher, Sie widersprechen mir nicht oder vielleicht allenfalls kaum bei manchen Kolleginnen und Kollegen, wir hätten diese Zeit viel sinnvoller nutzen können. Oder der Bau der Stromleitungen. Erst ja, dann nein, dann doch wieder ja. Auch hier sind wir nicht gerade sorgsam mit unserer aller Zeit umgegangen. Oder der Atomausstieg. 30 Jahre heftiger politischer Streit, dann Ausstieg unter Rot-Grün, dann Wiedereinstieg unter Schwarz-Gelb, dann Fukushima, dann Ausstieg mit allen. Auch diese Zeit hätten wir alle miteinander sinnvoller nutzen können. Mir fällt in diesem Zusammenhang der Begriff des rasenden Stillstands ein. Es wird etwas reformiert und als Erfolg gefeiert, dann wird die Reform zurückgedreht, das wird dann auch als Erfolg gefeiert und zwar von den gleichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich hat sich auch viel geändert. Unser Land ist heute nicht mehr dasselbe wie vor 30 Jahren, als ich zum ersten Mal im Landtag war, wie vor 20 oder 10 Jahren. Damals mussten sich Frauen noch rechtfertigen, wenn sie Karriere machen wollten. Heute müssen sich Unternehmen, Institutionen und Parteien rechtfertigen, wenn Frauen bei ihnen keine Karriere machen können. Damals war die Ehe für alle undenkbar. Heute stimmen sogar einige Kolleginnen und Kollegen der CSU dafür und alle feiern fröhlich beim Christopher Street Day. Nicht alle, okay. Sogar Kolleginnen und Kollegen der CSU in München. Damals war die Ganztagsschule noch als Zwangstagsschule verhöhnt und heute setzen sich alle für eine Ganztagsgarantie ein. Ich bin dankbar, dass ich ein Stück weit zu diesen Veränderungen beitragen durfte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Zeit ist kostbar auch und gerade in der Politik. Und doch tun wir oft so, als hätten wir unendlich viel davon und als hätte es keine Folgen, wenn wir nicht rechtzeitig handeln. Das gilt insbesondere beim Schutz unseres Klimas, beim Schutz unserer Lebensgrundlagen. Letzte Woche hat das Magazin der Süddeutschen Zeitung einen unbedingt lesenswerten Text dazu veröffentlicht. Unter der Überschrift »Urlaub war uns wichtiger als eure Zukunft«, schreibt der Autor einen vorweggenommenen Entschuldigungsbrief an unsere Kinder. Ich möchte gern zitieren. Liebe künftige Generationen, sorry, das mit der schmelzenden Arktis, das mit dem abgeholzten Regenwald, das mit den leergefischten Meeren, das waren wir. Wir haben euren Planeten ausgebeutet, eure Natur kaputt gemacht, euer Klima auf Jahrhunderte hinaus geschädigt. Unsere Wissenschaftler hatten uns zwar seit Jahrzehnten gewarnt, in immer eindringlicheren, verzweifelteren Worten. Aber wir haben es nicht ernst genommen. Nicht ernst genug. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt Herausforderungen, die nicht darauf warten, wie schnell wir alle miteinander zu unseren Einsichten gelangen. Die rasanten Veränderungen unseres Klimas, die Überhitzung der Erdatmosphäre ist so ein Thema. Und nicht nur eines unter vielen. Es ist schlicht eine Frage des Überlebens. Der frühere Präsident Barack Obama hat einmal gesagt, unsere Generation ist die Erste, die die Folgen der Klimaerhitzung spürt und sie ist vielleicht die Letzte, die noch etwas dagegen tun kann. Rechtseitiges Handeln ist auch für unsere Demokratie wichtig. Denn rechtseitiges Handeln eröffnet größere Freiheiten, wie das Ziel Klimaschutz erreicht werden kann. Rechtseitiges Handeln befördert auch den demokratischen Konsens. Spätes oder gar zu spätes Handeln nimmt uns diese Freiheit. Die Freiheit, auf demokratischem Weg zu entscheiden, wie wir unser Klima schützen. In den Jahren, in denen ich jetzt hier in diesem Landtag sitze, haben wir aus diesem Hohen Haus heraus nur wenig angeschoben in Richtung wirksamer Klimaschutz. Der Soziologe Ulrich Beck hat die Situation mal so auf den Punkt gebracht. Wir erleben verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Wir sind uns einig, aber es geht kaum etwas voran. Klimaschutz ist das, worum sich viele lieber erst später kümmern wollen. Und das seit Jahrzehnten. Jedes Jahr wird unser Zeitfenster ein Stück kleiner. Mit jedem Jahr, in dem wir das Notwendige weiter vor uns herschieben, werden wir ein Stück mehr von Handelnden zu Getriebenen. Und deshalb möchte ich diese Schlussrede nutzen, um einen Appell zu formulieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kümmern wir uns alle miteinander mehr um die relevanten Themen. Gerne auch im leidenschaftlichen Streit um den richtigen Weg. Nutzen wir die Zeit, um uns um die Fragen zu kümmern, die uns unsere Kinder und Enkelkinder einmal stellen werden. Sorgen wir dafür, dass wir uns bei unseren Nachkommen nicht entschuldigen müssen, weil wir ihre Lebensgrundlagen zerstört haben, sondern guten Gewissens sagen können, es stand spitz auf Knopf. Aber wir haben die Kraft und den Mut gehabt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen eine gute Zeit. Danke. Applaus